Jo Leute, was geht? Es regnet leider heute schon den ganzen Tag in Strömen und der Mali ist zum Radfahren in der Halle vorbei gekommen. Ich habe mir jetzt gerade spontan gedacht, obwohl wir jetzt schon länger dran sind, einen Vlog zu starten, weil ich ja schon so lang keinen Dirt Vlog mehr gemacht habe. Und ja, habt ihr euch ja gewünscht, zumindest einen Teil von euch und ja, fahren wir mal ein bisschen mit dem kleinen Fahrrad. Oh shit, wie ist das denn passiert? Stolz war cut strained. Ich bin irgendwie mit dem Vorderrad hängen geblieben, ich weiß nicht warum. Der hat sich auch voll gut angefühlt. Ich war noch so, oh ja, der fühlt sich gut an und dann auf einmal BAM. Komisch. Ja, ja, ja. Jo. Es war so, als ob du geworfen hättest. Ne, ich habe so gemacht und dann Schiss kriegt wieder zurück. Ach krass. Ja, aber zeitlich passt das doch. Theoretisch, wenn der hinwirkt, genauso lang wie der Rückwirkt. Ja. Yeah, Alter! Was war das denn? Wie geil war das? Wie geil war das? Geil, Mann. Also das Kabel sagt, der Lenker ist rum. Krass. Was war das denn? Ja, keine Ahnung, auf 1. Ich wollte gar nicht ganz rund. Yeah! Nice! Warum hast du noch mal die Matte hier hingelegt? Wow! Jo! Jo! Der war scheiße! Aber trotzdem gestanden. Was? Aber dennoch gestanden. Ja. Mach noch mal. Okay. Alles gut? Alter! Ich muss ja jetzt immer die Matte mitnehmen. Oh Mann, ey. Okay. Ich hätte mich auf jeden Fall rummachen. Ähh. Ach. Aber der war gut. Ja. Ja, ja, ja. Ja, jetzt stehst du den. Ja. Ja, ich glaub auch. Oh Mann ey! Fuck! Was? Ach. Ach. Kann man nicht aufhören. Ja, du hast ihn ja heute siebenmal gestanden oder so. Okay, aber... Ob... Ob... Ob das was man machen kann... Ist den erst stehen, sechsmal... Ja. ...und dann fünfmal auf die Straße fallen. Was soll das denn? Keine Ahnung! Jetzt sah es eigentlich so aus, als ob es den landen würde. Aber halt... War es halt one hand. Das Rad ist eigentlich gerade aufgekommen. Ich glaub das kann einfach nicht mehr. Fuck, das ist schon richtig dumm. Alter, was war das ey? Alles gut? Ja, ich bin hier unten mit dem Kopf im Flat gelandet. Ja, aber der war mega schön. Ja, ich... Der war ultra gechillt. Ich hab zu krass gechillt. Ich dachte mir nur auf einmal so... Alter, du bist viel zu langsam in der Rotation. Also der war voll geil. Du hättest am Ende klein bisschen klein machen. Ja. Dann wär das ein schönes auf Dritt ever gewesen, glaub ich. Der war richtig. Der war auch viel höher als sonst. Ja. Der hat sich auch echt schön angefühlt. Aber ich dachte ich komm nicht rum, weil das so langsam war. Ja, aber das ist eigentlich geil, wenn du den so machst. Dann musst du nur am Ende noch ganz kurz klein machen. Ja. Alter. Zieht das gerade im Genick. Ja. Geil. Mich heute bei dem Underflip abgelegt. Beim Flip. Was ist los? He? He. 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 Oh man. He. 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 geschild jetzt hast du gerade dreck gegen die gegen das hallendach geschleudert ja so mittel heute ist echt tag der stürze ich hasse das wenn man da stürzt und man merkt so wie sich die kniescheibe so auf der stelle bleibt und dann so verdreht wird ja das ist auch mit diesen kappen die sollen eigentlich dafür da sein dass man rutscht ja ja aber die rutschen null die sind voll gläblich ja mann ey fuß abgesetzt wahnsinn scheint ja heute auch noch was zu klappen komischer tag heute so der akku der gopro ist noch leer gegangen dann habe ich den pulli falschrum angezogen dann habe ich mir den kopf noch an der wohnzimmerlampe gestoßen und jetzt fahre ich noch mit mal die falafel holen abendessen heute war ein komischer tag aber besser als kein fahrrad fahren ähm ja manchmal läuft halt mal nix das war's wir sind voll gefressen das bett hat auch was vor dass du heute noch Fahrrad gefahren bist das war ein knaller so und jetzt beende den vlog haut rein bis dann tschö tschö so seid ihr immer noch da krass ähm ja vielen dank dass ihr so lange da geblieben seid hier gibt es noch mehr videos oder hier könnt ihr abonnieren oder einen daumen nach oben oder nach unten da lassen und da geht es zu meinem label Scrape Gear vielen dank und bis zum nächsten Video würde ich sagen bis zum nächsten Video